Grüß Gott, hallo. Ich bin gut rauf heute. Ja, du spürst das? Die hundertste Sendung. Die hundertste Sendung. Es ist schon geil, dass wir jetzt einfach diese dreistellige Zahl haben. Ja, Zeichen, dass wir durchgehalten haben. Ja, 100 Wochen mindestens haben wir jetzt diesen Schabernack da betrieben. Und das ist schon richtig. Wir werden das ausgiebig, und zwar um 19 Uhr, live hier auf YouTube feiern, wenn ihr dabei sein wollt. Am besten gleich in den Kalender eintragen. Geht sicher.